Das Kopieren von Belegen. Mein Name ist Manfred Stuhldreier. Herzlich willkommen bei GBS TV. In dieser Folge möchte ich Ihnen das Kopieren von Belegen zeigen. Ich möchte Angebote kopieren, ich möchte Aufträge kopieren, ich möchte aus einem Auftrag ein Angebot erstellen und ich möchte Lieferscheine kopieren. Mit dieser Möglichkeit haben Sie die Chance, die mühsame Neueingabe von langen Belegen zu sparen. Natürlich wird eine neue Preisfindung durchgeführt für den Kunden, der dann diesen Beleg erhalten soll. Ich befinde mich im Rollencenter von Gewiss NAV und möchte Ihnen jetzt einmal die Möglichkeiten der Belegkopierfunktion zeigen. Ich beginne mit dem Kopieren eines Angebotes. Deshalb wähle ich aus dem Rollencenter alle Angebote, suche mir irgendeines aus. Ich nehme einfach mal das erste. Dort ist ein Angebot, Kempfilz und das möchte ich jetzt kopieren. Dafür gibt es im Menüband Start Serienangebot erstellen. Ich klicke auf Serienangebot erstellen, bekomme ein Fenster, wo ich unter Nummer die anderen Debitoren Nummern eintragen kann oder auch natürlich über den Namen suchen, die ich möchte. Ich wähle das jetzt einfach mal über den Pfeil nach unten aus, nehme mal Jürgen Möllerink und so weiter, könnte einfach ein paar Kunden nehmen. Eine weitere Möglichkeit sollten Sie kennen. Es gibt hier oben Selektion erweitern. Selektion erweitern bedeutet, ich kann über viele Felder, über viele Kriterien, wo hier jetzt einige eingestellt sind, typische, die können Sie alle ändern, können Sie ausfüllen. Ich habe nur einmal vorbereitet von der Nummer 1008 bis 130. Die Debitoren möchte ich auch haben. Ich bestätige mit OK. Er hat vier Debitoren gefunden. Soll die eingefügt werden? Ich sage Ja und Sie sehen, die vier, die dort hineinpassen, werden eingefügt. Und so könnten Sie je nach Branche, je nach Reisender, wie auch immer, ganz einfach die Debitoren über die Selektion erweitern aussuchen. So, das soll jetzt einmal genügen. Ich möchte für diese ausgewählten Debitoren die Angebote erstellen. Ich klicke auf Angebote erstellen. Hierbei, bei dieser Frage handelt es jetzt um die Ausgabe. Ich könnte sofort jedes Angebot zum Beispiel faxen. Dafür ist natürlich nötig, dass die Faxnummer hinterlegt ist. Oder ich könnte es mailen, dass die Mailnummer hinterlegt ist. Würde dann allerdings aus den erzeugten Angeboten, könnte ich darin nichts mehr ändern, weil die würden ja sofort gedruckt, gefaxt oder gemailt. Deshalb möchte ich keine Ausgabe. OK. Nächste Frage. Wie sieht es mit der Preisfindung aus? Jeder Kunde hat andere Vereinbarungen. Deshalb komplett neue Preis- und Konditionsfindung. Ich mache einmal das Fenster etwas breiter, damit wir es besser sehen können. So, Preis- und Konditionsfindung. Oder alle manuell veränderten Preise und Konditionen werden kopiert. Bei nicht manuell veränderten Preise und Konditionen wird eine neue Preisfindung durchgeführt. Oder alle Preise und Konditionen einfach kopieren. Ohne neue Preisfindung. Ich nehme mal komplett neue Preis- und Konditionsfindung, bestätige mit OK. Und Sie sehen, er erstellt jetzt für die einzelnen Debitoren die Angebote. Hier ist die Liste. Alle sind noch in Erfassung. Das heißt, ich könnte jetzt in das erste Angebot gehen mit Bearbeiten. Ich tue das mal, bin in einem Angebot drin. Ich könnte das entsprechend bearbeiten. Ich könnte das dann abschließen mit Buchen. Ich könnte es drucken, faxen oder mailen. Und so weiter. Ich will das einmal jetzt nicht zu Ende führen, weil das ist ja eine Standardarbeit, die Sie sowieso ständig erledigen. Ich verlasse mit OK. So, das war das Kopieren eines Angebotes. Ich gehe mal mit ESC zurück in mein Rollencenter, sitze noch auf der Liste der Angebote und möchte jetzt einmal Aufträge kopieren oder als auch in einem Auftrag ein Angebot machen. Ich wähle mir jetzt hier unten einfach mal einen Anlieferungsauftrag aus. Hier unten ist ein Anlieferungsauftrag. Gehe in den Auftrag hinein und sehe jetzt hier oben gleich den ersten Punkt. Auftrag kopieren. Wenn dieser Auftrag genau ein Auftrag sein soll, den ein anderer Kunde auch benötigt, klicke ich auf Auftrag kopieren. Es wird ein neuer Auftrag erzeugt. Möchte ich das tun? Ich sage ja. Wie ist es mit der Preisfindung? Ich habe es eben schon einmal erklärt. Deshalb sage ich auch hier komplett neue Preis- und Konditionsfindung. Sage OK. Denn es kann in der Zwischenzeit für den gleichen Kunden ja eine andere Preisvereinbarung stattgefunden haben. So, entweder könnte ich bei dem Kunden bleiben, wäre Punkt 1 oder ich ändere durch die Debiturnummer zu einem anderen Kunden. Das war das Auftrag kopieren. Was ich jetzt auch könnte ist, ich könnte aus dem Auftrag ein Angebot machen. Das finde ich hier unten in der Register Zeilen. Dort sehen Sie unter Angebot erstellen, Preisanfrage. Aus jedem Auftrag kann ich ein Angebot erstellen. Er stellt mir als Frage Gesamtenbeleg oder nur die ausgewählte Belegzeile. Ich wähle jetzt einmal den Gesamtenbeleg. Es ist nur eine Zeile, aber dennoch. Ich sage OK. Und Sie sehen, es kommt wieder die Frage nach der Preis- und Konditionsfindung. Ich bestätige mit OK. Er erstellt ein neues Angebot. Ich stehe in dem Angebot drin. Und könnte dieses Angebot jetzt weiter bearbeiten und entsprechend modifizieren. Das waren die beiden Fälle Auftrag kopieren und Auftrag in Angebot kopieren. Ich gehe mal mit Escape zurück. Erst aus dem Angebot, dann aus dem Auftrag, dann aus dem Ursprungsauftrag und lande wieder in der Liste und stehe noch auf den Verkaufsaufträgen. Was ich Ihnen jetzt auch noch zeigen möchte, ist, dass man aus einem Lieferschein einen Auftrag wieder erstellen kann. Wenn man so will, einen Lieferschein in einen Auftrag kopieren. Warum das eine wichtige Möglichkeit ist? Wenn Sie einen Auftrag abschließen, liefern, fakturieren, wird der Auftrag gelöscht nach einer eingestellten Zeit. Entweder sofort oder auch nach einer Woche, zwei Wochen. Und wenn Sie dann diesen Auftrag gerne kopieren möchten, aber keinen Auftrag mehr haben, haben Sie natürlich ein Problem. Deshalb, der Lieferschein wird immer gespeichert. Der ist nie weg. Ich gehe also zu dem gebuchten Verkaufslieferschein. Nehmen wir mal irgendeinen Lieferschein, öffne ihn. Diesen hier. Und Sie sehen, hier oben gibt es in dem Band Start, in dem Menüband Start, Verkaufsauftrag aus Lieferschein erzeugen. Das klicke ich an. Es kommt ein Dialog. Es wird ein neuer Auftrag auf Basis von Verkaufslieferkopf LI0007 erzeugt. Auftrag erstellen. Ich bestätige dies mit Ja. Es kommt wieder die Frage nach der Preisfindung. Ich bestätige die komplette neue Preis- und Konditionsfindung. Er erzeugt den Lieferschein aus den Zeilen des Lieferscheins. Er erzeugt natürlich den Auftrag aus den Zeilen des Lieferscheins. Und Sie sehen, ich bin im Auftrag. Der Status des Auftrages ist Erfassung. Ich kann den Auftrag jetzt ganz normal weiter bearbeiten, wie ich es möchte. Das waren alle Möglichkeiten der Billig-Kopierfunktion. Das soll es für heute erst einmal gewesen sein. Ich hoffe, diese Folge war hilfreich für Sie bei Ihrer Arbeit mit GWS ERP. Sollten Sie noch Fragen und Anregungen haben, schreiben Sie uns bitte eine Mail an gws-tv at gws.ms oder schreiben Sie uns einen Kommentar. Wenn Sie keine Folge verpassen wollen, abonnieren Sie doch unseren YouTube-Kanal, indem Sie auf den Schalter Abonnieren klicken. Schön, dass Sie heute dabei waren. Bis demnächst. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020